ja hallo werter zuschauer wir erinnern uns vor knapp drei monaten habe ich euch eine aufgabe gegeben und zwar habe ich eine planung vorgesetzt mit einer burg und gesagt hier baut mir diese burg so wie ihr die planung interpretiert und das haben ein paar von euch getan ich hatte am anfang erst relativ hohe rückmeldung zwar mehr relativ bewusst dass davon einige vermute ich erst mal schreiben werden sie machen was am ende jetzt bin ich bei knapp also wenn man die burgen die halb bis zwei drittel oder auch nur ein drittel fertig sind mal irgendwie zusammenrechnet sind es vielleicht knapp drei bis vier burgen vier einzelprojekte habe ich die ich nach und nach vorstellen will und eines werde ich auch mit dem creator dann zusammen tatsächlich vorstellen und auch ihm dann live meine kritik dazu abgeben kommen wir zur kritik da will ich auch wie immer ein zwei sätze zu sagen die leute wussten dass ich danach mir die burg angucken werde die leute haben mir die burg deshalb auch eingeschickt dass ich mir sind danach angucken werde und ja das heißt ich werde meine meinung dazu sagen so wie ich die sachen hätte besser machen können wollen tun tun und entsprechend ist auch aus meiner subjektiven sichtweise sehen wenn ihr das ähnlich seht das ist schön für euch wenn es anders seht können wir gerne darüber auch vielleicht ein bisschen sprechen oder auch nicht über geschmack des ist bekanntlich ja nicht streiten aber letzten endes will ich damit sagen ich bin nicht die baupolizei ich will leuten nicht vorschreiben wie sie zu bauen haben ich will einfach nur leuten helfen die sagen okay ich die aventus hat einen guten baustil ich will den eigentlich so genau ein bisschen so in die richtung bauen und deswegen schicke ich mein gebäude das mir sagt was ich daran verbessern könnte ja wie gesagt das ganze haben wir anhand von der planung gemacht das heißt ihr werdet merken diese burgen sind alle recht ähnlich aber auch ziemlich ziemlich unterschiedlich ja das gucken wir mal wurde genau der gemeinsame kann liegen und wo nicht einige stellen habe ich auch schon erkannte andere sind dass ich sehr unterschiedlich es stand den leuten auch frei das ganze irgendwie teilweise hier und da noch zu zu mal erweitern also mal noch was in einem türmischen dran rum zu bauen oder auch was anderes zu machen das stand den leuten frei das ist einer der burgen die die ich extra für konkursiv falsch gemacht habe deshalb hier auch keine keine landschaftsverstaltung rundherum ist das wäre natürlich sehr schön gewesen müssen wir natürlich hier jetzt logischerweise darauf verzichten ja im großen ganzen hat die einige schöne elemente was wir bei den burgen alles sehr sehr schnell sehen ist die meisten haben versucht irgendwie mit hellen varianten zu arbeiten das ist nicht die erste wo wir sehr sehr viele helle steine sehen werden am hauptsächlich fertigsten ist diese wand hier ja die ist natürlich wesentlich fertiger als die anderen und ich weiß es gibt keine steigerung fertig aber ich weiß was ich meine und die ist eigentlich auch ziemlich cool ich mag den großen schornstein der mitte muss ich ganz ehrlich gestehen der gefällt mir richtig gut ja und ich mag eigentlich auch so die module an sich ja schön ist dass sie unten wieder ein bisschen solider ein bisschen massiver wird auch diese dieser übergang mit diesen elementen hier seitlich ist an und für sich soweit in ordnung und auch die module sind an und für sich soweit in ordnung was das führen geht das sind diese plaster stein okay ist auch spannend ja natürlich könnte man sich jetzt gerade in konkursiv heute über die material auswahl natürlich immer ein bisschen streiten aber das ist ist nun mal dem geschuldet dass es eben so viele blöcke gibt ja soweit gefällt ist also soweit ganz gut hier unten haben wir noch ein bisschen wolle drin ich weiß ob das also das ist limestone und light gray concrete okay spannend ich finde diese für diese steinwand unterhalb des turms oder unterhalb der türme die sind in ordnung prinzipiell also so etwas verputztere stelle geben aber ich hätte das eher umgedreht ich hätte diese 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 glattere wand wir hier haben eher nach oben gezogen und dann diese rauere aus stein gebauten wände hätte ich nach unten gesetzt damit wir eben einen schöneren übergang von dem glatten hier zu dem glatten hier oben haben ja prinzipiell fehlt mir hier auch so ein bisschen es ist halt eine weiße wand ist so weit in ordnung aber ich hätte irgendwie mir einen abschluss von hier oben gewünscht dass man irgendwie hier oben das übergang zum dach ist soweit okay aber irgendwie da einen übergang zu haben wäre an und für sich schon ziemlich schön das dach ist natürlich auch nicht fertig muss natürlich zu vielen stellen sagt das dach hier beispielsweise sieht eigentlich an und für sich ganz gut aus hat natürlich jetzt noch so ein bisschen ein bauch in der mitte hier das würde man normalerweise wenn man es mit kreppen und slaps und sowas abrundet würde man das verbessert kriegen liegt es einfach daran dass es halt aus und meiner planung die ich halt vorgegeben habe so übernommen wurde ja dann das doch hier das sieht gut aus gefällt mir von der form her ganz gut ja das hat einen schönen aufbau und dann auch hier ist das eigentlich so an und für sich ganz ganz niedlich gemacht hier mit dem aufbau drin natürlich unter dem dach immer noch irgendwas machen ja das ist auch immer relativ wichtig dann hier diese fahne die stört mich sehr sehr die fahne ließ dies sehr sehr massiv meine allein die tatsache das ding zwei blöcke 23 blöcke breit ist das ist wirklich enorm ja ich weiß auch nicht warum die so breit ist irgendwie also es gibt so keinen sinn von der seite sieht sie halt auch nicht schön aus von unten halt ohnehin nicht prinzipiell müsst ihr euch bei einer fahne das versuche ich immer mal zu erklären müsste man erklären eine fahne hat also eine regel ist so der die die wenn man jetzt nicht irgendwo am meer ist wo wo der wind weht wie bolle hat eine fahne immer erst mal die eigenschaft nach unten zu fallen ja ich fällt erst mal immer nach unten und wenn dann der wind kommt dann hat wird das stück hier unten weil es am leichtesten ist weil er eben nicht der ganze grenztische kram dranhängt immer zuerst geweht sage ich jetzt mal das heißt so eine fahne hat immer hat hat nie irgendwie dass man sagt sie sie wird erst geweht und dann sagt sie nach unten wo man sagt hier ist der windschwäche meistens eher umgekehrt die wird die fällt erst so ein stück nach unten und wird dann irgendwie nach nach der seite gewählt ja irgendwie so oder manchmal vielleicht sogar auch irgendwie dass man dann sagt ja am anfang ist noch ein bisschen bisschen tiefer der abfall weil es im schwerer ist hier und dann gegen ende hin wird es dann so ein bisschen so ein bisschen leichter vom 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 flow her aber wisst ihr also wenn ihr das auch mal vergleicht aber mal guckt das ist so eine fahnenrichtung sondern dass das so die kurve die die dass diese rolle die macht die kommt zu einer fahne wesentlich näher und da muss natürlich gucken dass man die halt wirklich aus maximal einem block breite baut ja man kann konkursiv hat sogar halbe blöcke nehmen das funktioniert hier wie man sieht ja ganz gut ist übrigens ein mod konkursiv hat guckt einfach mal unten in die beschreibung da habe ich es habe ich wahrscheinlich verlinkt wenn nicht einfach mal beschreiben wenn ihr fragen dazu habt oder einfach googeln ja google hilft conquest reforgen das ist natürlich dem sinne keine schöne fahne und unabhängig davon haben wir einen turm wo die fahne einfach an dem mast schweben könnte das wäre viel eleganter als jetzt hier und auch dieser fahnenmast wirkt an der stelle hier bei der ecke des turms sehr massiv es wirkt für mich so als würde der einfach umknicken und würde mitsamt der fahne hier runter brechen und dann hier unten liegen und ja es wirkt sehr instabil ja wenn ihr so schwere sachen macht er sie nicht an den rand setzt die irgendwo wenn er irgendwo hier sitzen würde sag ich jetzt mal wäre auch schon seltsam turmspitze wäre wesentlich eleganter dann natürlich die fahne ein wenig kleiner und dann wäre das ganze ding eigentlich gelöst so macht die fahne nicht zu riesig ja prinzipiell was ich weiß nicht ob es in meiner planung genau liegt ich müssen wir vielleicht machen wir das nächsten videos mal wo wir die planung noch mal reingucken hier bei hier dazwischen hätte ich auf jeden fall mal den den unteren teil der 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 solide teil ist ja das ist der teil wo eben die leute wo eben belagert wird wenn was angegriffen wird ja das ist ja so soll es schon noch eine burg sein der sollte schon irgendwie finde ich aus massiveren stein bestehen anstelle von das sieht eher aus wie ein zierstein und diese das hat man hier drüben ganz gut auch dargestellt hier stört weniger weil die wand doch relativ hoch ist das heißt selbst wenn man hat unten das ist der punkt hier haben wir unten als massiveren stein dieses zeug hier was ziemlich gut aussieht das passt soweit ja das wirkt massiv das wirkt stabil wenn ich hier unten stehe ich komme natürlich nicht hoch so bla aber hier vorne dann halt direkt an der 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 kernwand diesen stein zu wenden natürlich dann ein bisschen ein bisschen suboptimal ja das ist würde ich schon gucken dass man da eben ja das irgendwie irgendwie unten zumindestens mal bis hier oben mal mit auch solide stein baut in dem fall aus dem hier oder halt wenn man wie ich gemeint habe das umdrehen dann eben aus dem wie gesagt die übergänge zudem von dem weißen auf das grau finde ich halt nicht so gut gelungen ja hätte man gegeben falls nämlich halt auch ähnlich wie den hier vielleicht nehmen können hätte den irgendwie hier mit einbauen können um hier ein übergang zwischen eben diesen beiden elementen super zu sehen zu kriegen ja vielleicht irgendwie das ganze ein wenig anders einzubauen wäre da vielleicht die schönere variante gewesen irgendwie gucken dass man dann einen übergang schafft der ein bisschen bisschen sauberer ist man hätte das dann auch irgendwie vielleicht irgendwie anders bauen können dass es nicht eben einfach nur so ein aufgesetzter punkt ist weil das ding ist nicht nur ist dieses ding einfach nur so aufgesetzt das ist auch farblich halten krasser kontrast ja das ist farblich sehr krass macht woher monat ist es da deswegen würde ich da immer gucken wenn ihr so man kann so was machen das geht aber da muss man schauen dass man wesentlich einen schöneren übergang hinkriegt ja irgendwie versucht diese materialien hier oben noch mal aufzugreifen ja oder wenn man so liegen den trend dass man sie wirklich sehr sehr klar trennt dadurch dass diese dass diese streifen sehr sehr also diese diese element die reichen sehr sehr weit in das in das gebäude hinunter und geben dann hier so ein zack ding also rein raus rein raus hier und das hat nicht so schön ja da wäre es fast fast schon wieder schöner oder einfacher wenn man einfach nur hier oben sowas hätte dass irgendwie das ganze so ein bisschen ja das wirkt mehr aufgesetzt also als eigenständiges element als das hier was ja versucht teil das unteren zu werden aber es nicht schafft wenn man versteht was ich meine ja auch wenn das plumpe ich finde es jetzt nicht nicht deutlich besser man kann sich trotzdem noch schöner machen aber das ist natürlich irgendwie so ein bisschen sehr ist es beißt sich zu sehr miteinander ja das ist halt ein bisschen das ding muss man immer schauen wenn ihr so helle blöcke nehmt schaut dass ihr den rest an dem video so baut dass man es irgendwie gut kombinieren kann miteinander ja das ist ganz klar jo ich finde hier denn das holz ganz wirklich auch in der sache die ich seltsam finde ist beispielsweise diese diese idee hier zum baustelle reinzubauen prinzipiell kann man so natürlich machen finde auch so eine idee eigentlich ganz cool aber hier beispielsweise und das finde ich ganz spannend sind die steine die hier haben wir haben ganz klar diese diese koppel steinziegel was ich was mauern warum ist das torhaus denn nicht aus den gleichen steinen warum ist das torhaus nicht aus dem selben stein warum ist der turm hier nicht aus den steinen das sehen wir bei anderen dingen auch oft ich habe den turm oft und das ist der punkt ich hatte in meinem video gesagt und das wollte ich mal so ein bisschen testen wie gut das funktioniert in meinem video gesagt lass die farben mal farben sein ja und ich muss mal schauen wie das gesagt wir hätten vielleicht die original noch mal gucken wir mal nichts wie das machen wir das aber da ist es so dass wir sehr sehr oft man merkt den turm hier habe ich in einer farbe geplant also wurde er auch in einer farbe umgesetzt gleich das gilt für den hier den habe ich auch bis runter geplant ich für meinen teil und das war auch so ein bisschen quasi fast schon der falle hätte diesen turm niemals bis hier runter mit 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 weiß gemacht wenn es hier oben ein aufsatz ist mache ich den bis hier oben mit diesem stein hier genau wie es unten auch gemacht hat wieso habe ich das denn mit einer farbe geplant weil es die farben der wohlplanung keine rolle gespielt haben die haben keine rolle gespielt die haben lediglich gebäudeteile voneinander getrennt ja ja dieser dieses element war eine andere farbe als der teil der grünen das stimmt aber nicht damit man es unbedingt auch anders gestalten muss gleich wie die hier auch anderen farben waren sondern dass man einzelne gebäudeteile klar voneinander erkennen und benennen kann ja dass man eben sieht was was ist denn hier das ist der turm den muss man und dann muss man versuchen ihn mit anderen elementen halt herauszuheben ja ich hätte das hier genauso gebaut wie hier drüben nur eben mit dem unterschied dass es hier unten drunter einen größeren stein aufsatz das sehen wir aber wie gesagt nicht nur hier das haben wir bei anderen wurden auch dieses dieses ding ja und wie gesagt das wollte ich mal gucken wie das funktioniert auch das element ist wieder eine andere farbe als die türme links und rechts was halt wie gesagt eigentlich von der sinnhaftigkeit nicht so nicht so ja gegeben ist weil wir haben grundmauern die eben stabil und solide sein sollen und das können die so ruhig sein ja so auch so schön gebaut aber und das ist ganz entscheidend da muss man schauen dass man eben die auch überall so macht ja wenn man jetzt sogar noch wenn man jetzt innen drin sagt ich habe hier solche türme hier das ist sogar vollkommen fein weil wir sind hier im innenhof im innenhof kann man solche elemente machen im innenhof kann man solche prunkgebäude ruhig mal machen während man im außen eher doch was massiveres haben sollte ja den durchgang geht er ist ein bisschen wird tatsächlich finde ich aber auch irgendwie bisschen cool also der bogen ist auch hübsch soweit es passt alles ich würde halt jeder keine offene seite machen ich finde das ganz ist ganz cool wenn man hier so eine wölbung hat man hier unten rein kann würde die dann hier auch zu bauen aber halt auch nicht nur ein block dick ja und dann ruhig ein zwei blöcke dick und hier unten dann so marktstände versuchen reinzubauen ist halt wir reden von der burg also sind ja nicht in einem stadthof dann prinzipiell hier zu diesen zu diesen prinzipiell gefällt mir sogar ganz gut dieses holzgerüst das mag ich auch mit dem mit dem mit dem balkon dann hätte man sogar glaube ich ein bisschen offener gestalten können ja ich hätte man hätte den glaube ich sogar so ein bisschen noch weiter nach außen außen holen können irgendwie so sag ich jetzt mal dass du sogar hier so so durchläuft irgendwie so beispielsweise ja dass das so hinten dran ist dass hier so der balkon vorne sitzt und dann hätte man das hier vielleicht sogar gar nicht so krass gebraucht und hätte den balkon noch ein bisschen breiter und seine irgendwie so beispielsweise mal gucken wie das interferiert hat hier mit hier mit ein bisschen okay das kann ich nachvollziehen muss man halt gucken vielleicht könnte man wir reden hier schließlich auch von kongressivforschung aber da fällt mir beispielsweise ein da muss man halt viel umdenken bei kongressivforschung das ist so ja dass man halt hier gegebenenfalls irgendwie irgendwie sowas in die richtung macht dann geht das in der regel auch da kann man ja auch gut stehen und natürlich muss man das dach aus das andere machen ja diese holzstämme sind ganz gut die eignen sich eigentlich auch schon nicht so gut für die für die seiten da hätte ich vielleicht auch schon anderes holz genommen da würde sich beispielsweise dieses iron dinge ist ganz gut eignen also wenn man jetzt hier sagt iron wurde zeugt das hier zumal und das ist ganz gut ja er hat hier diese 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 halbe leiste von der drange machen die ist ganz gut weil ich könnte nämlich kann ich dann dadurch hiermit so mein 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 ding hier bauen mein mein kann hier so meine meine stützen bauen ohne und das ist ganz gut ohne dass ich mir gedanken machen muss dass ich hier vorne am holz hier nämlich so eine kante kriegt wenn ich es nämlich hier so habe seht ihr das ist so eine kante so ist die kante aber nicht da und das ganz gut das wirkt so ein bisschen als würde das holz nämlich dort so eingebaut werden und das ist jetzt beispielsweise ein sehr stabiler träger man hätte sogar vielleicht anderes holz nehmen können was ein bisschen weniger krass stabil wirkt aber das was ja auch hier ganz toll merkt ihr kriegt hier gleich viel mehr farbe rein kriegt viel mehr und auch das ähnlich wie ähnlich aus dem ähnlichen grund warum dies wieso ich die die einzelnen gebäudeteile aus unterschiedlichen wall elementen geplant habe ist es auch sinnvoll einzelne gebäudeteile die man nicht mehr hat ja säulen bögen etc gegebenenfalls nicht immer aber gegebenenfalls aus unterschiedlichen materialien zu machen um eben auch diese einzelnen teile hervorzuheben ich kann jetzt hier ganz klar sehen ich habe die säulen ich habe den bogen ja oben drüber irgendwie hier ist mein mein man könnte so gehängt und sagen dass hier oben mache ich mache ich vielleicht sogar weg und mache hier oben keine ahnung dass hier mal hier rüber und habe dann hier irgendwas anderes wieder was dann hier aufgreift vielleicht ein etwas ich nehme ich auch einfach nur einen dünneren dünneren balken ja einfach nur dass es ein bisschen da oben ist ja schließlich nur so ein einfaches dach das ist das ist ein bisschen dünner und schmaler wird ja und dann ist natürlich auch logisch dass man das dach hier oben erstens mal sieht es es sieht nicht schön aus weil es gestreift ist wir haben ja wirklich einfach einzelne striche ja so stämme niemals als dach benutzen weder so rum ich will sie nicht mehr mehr nicht mehr andere nicht mehr mehr so groben quasi auch nicht benutzen sondern damit man wirklich holz oder halt ziegel und da gibt es noch das jüdischen haufen würde sich hier das ziegel dach drauf ein bisschen angepasst ja hier gegebenenfalls sogar ein geländer genommen es gibt beispielsweise auch noch ein super railing wo man so also das ist jetzt auch ein video für all die konkurrenz mädchen vor allem auch wo man hier durchaus etwas bauen kann das was ein bisschen stil hat sag ich jetzt mal man kann auch genauso gut könnte man auch diese elemente hier weiter raus bauen könnte dann auch wenn man jetzt nicht konkurrenz mädchen ist und könnte hier dann vielleicht sogar irgendwie sowas in die richtung bauen ja mit dann irgendwie ein zwei elementen hier dazwischen irgendwie sowas vielleicht mal schauen und das dann will oder nicht und könnte dann sogar her gehen und könnte hier vorne andocken und ist dann hier oben mit irgendwie mit dem mit dem dach irgendwie so verknüpfen das würde auch gehen anstatt anstelle unten das zu machen ja das würde ich aus anderen materialien aber ihr wisst denke ich mal was ich meine also man kann da halt viel mehr machen weil ich die idee eigentlich ganz schön findet ihr vorne und so einen balkon oder so einen arkadengang oder wie auch immer ihr es nennen wollt als laufen zu lassen finde ich eine sehr sehr schöne sache der brunnen beispielsweise hat auch ein sehr sehr massives dach ja im prinzip kann man so ein brunnen machen ich würde ihn halt mit wesentlich kleinerem schmaleren dach bauen und nicht so einen vierst auf einem ganzen block dick enden lassen ja da hätte das lab durchaus gereicht das ist schon sehr sehr es wirkt so ein balkenblock wirkt halt immer sehr schwer und sehr groß wenn ihr das halt aufs dach packt wirkt es eben immer sehr als würde das das dach sehr stark belasten als immer weil sie eben sehr schwer und sehr groß wird das ist halt natürlich ein problem ja das muss man immer sehen solche ränder übrigens hier an was ran zu machen das ist vollkommen legitim das kann man machen muss nur gucken dass man es richtig schnell macht aber das ist immer mal eine ganz schöne variante und idee um so türme ein wenig zu unterteilen und die wände ein bisschen aufzulockern was ihr natürlich auch immer machen könnt ist so ein bisschen einfach eure turmband ein bisschen strukturieren das geht gerade vor allem unteren bereich wenn ihr irgendwie sagt ihr habt hier irgendwie euren turm der dann irgendwie so ein bisschen so ein bisschen hier den ein oder andere stelle hat wo dann eben so ein bisschen wir sagen oft unser bauteam auch mal so ein bisschen spöttisch geröll davor liegt irgendwie aber wenn man so ein bisschen was hat das irgendwie so die turmband so ein bisschen ausstöpfe es geht im vanilla auch ganz gut wenn es mit dem koppel was lebt ein paar treppen wenn ich jetzt einfach mal nach koppel sucht und einfach mal hier so ein bisschen zeug nehmen könnt ihr das natürlich im vanilla auch ganz gut mit sowas hier ein bisschen machen einfach da hier und da ein bisschen vielleicht noch eine koppel kann ja so machen koppel wall hier irgendwo dagegen genommen die ihr alles sache die vanilla auch gehen und gut funktionieren ja das so ein bisschen unten unteren bereich macht dass man eben türme waren oft auch ein bisschen breiter und so ein bisschen nach oben gegangen wenn man sie eben wissen unten hoch gemauert hat das kann man ruhig was machen selbst und selbst wenn nicht eine sache die ich immer versuche leuten zu erklären egal was ihr baut in minecraft sei es fachwerkhäuser oder seien es egal was ihr müsst euch bis zum ihr müsst bis zu einem gewissen grad und an gewissen stellen es geht oft gar nicht um die um die theorie dahinter sondern um die praxis ja wenn ihr denkt fachwerkhäuser beispielsweise wie die gebaut wurden ihr könnt es in minecraft nicht eins zu eins umsetzen das ist faktisch einfach nicht möglich ohne dass es scheiße am ende aussieht oder ihr den maßstab erhöht das ist immer die andere sache wenn ihr den maßstab hochdreht ist in minecraft eigentlich fast alles möglich was ich euch nur sagen will ist ganz wichtig versucht versucht nie es exakt so zu machen wie es nicht echt ist sondern versucht nur die gleiche wirkung zu erzielen werde feststellen viele sachen die wir bauen bauen wir nicht genauso wie sie in der realität sind sondern wir bauen sie nur so dass die gleiche das gleiche gefühl die gleiche idee dahinter entsteht also wenn man anguckt man weiß was gemeint ist egal welches fachwerkhaus ihr bei uns auf der maps sehen werdet ist nicht so gebaut wie irgendein fachwerkhaus auf dieser welt existiert man schaut das gebäude aber an denkt an das fachwerkhaus und kriegt sofort das gefühl von ah cool guck mal ein fachwerkhaus und das ist viel wichtiger als tatsächlich exakt nachzuahmen wie fachwerkhäuser in der realität wirklich ausgesehen haben in meinen augen zumindest ja gucken wir kurz mal rein ob irgendwo innen drin was gemacht wurde da gibt es mich auch glaube ich ein paar sachen erstens mal gibt es in conquest rief heute glaube ich so viel schönere laterien als diesen großen weiß ich nicht warum die hier immer ich weiß nicht ob man das irgendwie ob man damit es bei nacht irgendwie cool aussieht dass man jetzt gesagt ich mache mal times at night dass es dann beleuchtet ist weiß ich nicht aber prinzipiell gibt es schönere laterien ja aber ich will mal gucken ob irgendwas im innenraum gemacht worden ist ja irgendwie aber ich glaube da ist glaube ich nicht gemacht worden doch hier hinten näher zu also außer so ein bisschen markt stand ja auch ein bisschen lasst ruhig wenn ihr sowas baut hier das ruhig mal auch mal ein bisschen frei macht nicht überall so kisten hin lasst mal ein bisschen platz und stellte mal was anderes hin oder wie auch immer ansonsten passt das natürlich mit so einem stuhlhocker wenn man jetzt mal absieht dass es bei der burg ist ja die baustelle wie gesagt versteht ist halt so ein bisschen ja das ist halt ein bisschen seltsam warum bei so einer burg die jetzt so hier steht wie sie da steht der baustelle sein sollte kann natürlich immer sagen naja da waren aber wisst ihr das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen als würde ich in einem in einem park ich will ich will eine parkanlage bauen für ein schloss und stellt dort einen baum in der so ein bisschen abgestorben ist mit der begründung ja das ist halt ein baum der ist jetzt erst abgestorben der steht halt noch da das kann man machen das kann man durchaus machen und kann sagen ja das ist so das spielt die realität wieder das kann ja sein dass hier was kaputt ist hier wird was gebaut und auch immer aber wenn man sich halt fragt ist es denn jetzt die optimale inszenierung meines gebäudes oder die optimale inszenierung meines gartens kann man sich halt fragen auch ich denn jetzt also brauche ich den nachweis dass dinge kaputt gehen können oder dass es baustellen gibt oder aber auch dass ein baum beispielsweise absterben kann brauche ich diesen nachweis auf meiner map zwangsläufig bei diesem baum in diesem prunkgarten so das heißt macht es doch lieber bei irgendeinem bauernhof oder bei irgendeinem waldstück oder irgendeinem feld oder ein acker oder eine riesen eiche auf einem feld die am absterben ist irgendwie sowas aber nicht bei einem prunkgarten ähnlich würde es hier sehen wenn ihr so baustellen baut ja jetzt natürlich ist das jetzt ein einzelprojekt keine große map aber wenn ihr so baustellen baut entweder eine gesamte burg das ist cool das ist schwer aber cool oder aber das ist eine ganz andere sache oder ihr macht halt also dass die so eine baustelle selbst wenn ihr jetzt richtig gut umgesetzt wurde ist passt ja dennoch nicht zur restlichen inszenierung der burg das ist ja wenn ihr einen film drehen würdet und die burg ist der protagonist sagt ja auch nicht ja da noch eine baustelle hin einfach weil das passt nicht da muss immer ein bisschen gucken passt das passt nicht wenn jetzt hier die burg überall noch nicht fertig ist die tür also dass eine gesamtbaustelle ist okay dann ist das was anderes aber wenn man jetzt über die bestmögliche inszenierung dieser einzel burg hier spricht ja dann ist eine baustelle komisch wenn ihr jetzt eine burg habt die komplett lagert wurde und ihr habt überall habt ihr schäden habt eingebrochene dächer und abgebrannte türme und da ist dann eine baustelle okay dann habt ihr aber wieder eine gesamte inszenierung die in sich geschlossen wieder sinnvoll ist versteht ihr was ich meine das ist wirklich wirklich wichtig ansonsten wie gesagt dadurch dass die burg nicht so weit ist kann ich nicht allzu viel zu sagen das ist prinzipiell hier in ordnung ja da kann man jetzt wenige dagegen haben das ist halt ein ganz normal natur mit ganz normalen fassaden die umrundungen und sprechen sind oben eigentlich auch okay ja ich würde sowas übrigens immer lieber nach innen setzen glaube ich als nach außen wird es irgendwie immer weil es die front irgendwie klarer macht ich finde es immer irgendwie besser aber letzten endes hast es ja wie gesagt das ist halt grundsätzlich okay es fehlt halt sehr viel detail sehr viel sehr viel sehr viel übergang ja muss halt überlegen die wirklich vielleicht sogar gut ausgesehen hätte wenn man wenn man vielleicht den turm also wie gesagt ich hätte wenn überhaupt den absatz hier auch schon so ein bisschen heller gemacht beispielsweise auch mit sowas hier oder mit mit es gibt ja auch gibt wir hier beispielsweise diesen clean white plästern gerade wenn man einfach mal plästern gibt er bis jetzt beispielsweise dem jetzt ad hoc einfallen würde gibt es ja auch die hier klar die gibt sowieso gibt auch die hier es gibt aber auch einfach nur white plästern wir haben sie mit klima pester und das ist eigentlich auch ganz cool weil da diese dinge mit drin sind und es gibt aber auch den hier sehr ähnlich dann dass hier quasi übergeht oder einfach das hier an das sind so elemente die man unten drunter hätte benutzen können um halt einen schöneren übergang zu schaffen weil mit denen mit den bricks und von den bricks auf die bricks hier dann zu gehen die man unten verwendet hat und von dem weißen bricks auf der zelle oben zu gehen ist halt ein wesentlich schönerer und übergang aber ansonsten ich weiß gar nicht hier ist vielleicht noch was eingerichtet worden da ist was drin oder das sieht aha ist was drin okay erst mal wir ein spannendes gebälk um an der decke das ist spannend okay unten okay das ist nur das ist auch ein bisschen seltsam warum wir eine schmiede haben mit einem offenem jeder weiß nicht so ganz wo es wo es hingehen soll die reise von diesem teil hier muss gestehen und dann weiß ich gar nicht ob das so ich weiß gar nicht genau wie ich es geplant habe ich meine manche gebäude habe ich glaube sogar manche nicht mit den doppelwänden das ist so ein typisches ich rammel mal kisten in die bude macht sowas bitte nicht ja also wenn ihr kisten stabelt und lagert dann macht das bitte mit stil erstens mal so kohle dann erst also erstens ja wenn ihr sowas macht diese großen laternen die oben stehen wow warum sind da so viele laternen packt schwere sachen nach unten das hier sind kohle körper mit cola die stehen unten da steht vielleicht bei einer in zweiter reihe aber eher unten diesen groß sind schwer ja packt kisten und drüber und ihr könnt mir jetzt kommen mit ja das ist ja also hier ist alles man muss ja nicht alles so genau nehmen ihr könnt mir jetzt glauben oder auch nicht so was sieht man ihr wer ihr seht es ihr seht es nicht bewusst ist niemand geht hin und sagt ah guck mal da die kohle steht in der zweiten reihe das hätte das ist viel warum stehen die schweren sachen nicht unten wieder das sagt keiner niemand wird das bewusst wahrnehmen aber euer unterbewusstsein kriegt sowas mit und das macht eben am ende den unterschied aus ob ihr ein gebäude oder eine map gebaut habt die ihm authentisch wird oder eben auch nicht es ist schwierig immer auf diese ganzen einzelheiten zu achten aber genau das wollen wir hier einfach mal tun ja hier verstehe ich nicht so ganz den den die dark oak locks im boden das schließt sich mir nicht so hundertprozentig ja aber okay was ich auf jeden fall da drüben noch die schmiede an und für sich beispielsweise geht ja auch was da steht hier so ein milchkrug rum es ist halt und man muss mal ganz ehrlich sagen das ist ein klassisches beispiel ohne da jetzt jemand nahe zu reden wollen klassisches beispiel von leuten die behaupten kongressivforged hilft es leichter sachen zu bauen weil das hier letzten endes steht hier einfach nur mehr zeug wahllos rum als sonst es ist die gleiche gleiche wahllosigkeit die hier herrscht nur dass es halt mehr zeug gibt dass man wahllos hinstellen kann ja so prinzipiell ja hier schleifstein anboss bieber puppt das passt alles eigentlich wir haben einen haufen warum sind so zwei dinge nebeneinander sind nie schön zwei mal das exakte gleich ding nebeneinander ist in der regel immer und auch hier hier liegen einfach sehr viele sachen rum die einfach gestapelt werden wenn ihr so kistenstapel baut macht ihr irgendwie ein bisschen eleganter macht das ein bisschen nach system ja dass man irgendwie weiß da ist das wirkt einfach wirklich nur das also und auch diese spinnenweben ganz also schuldigung die spinnenweben ganz schlimm ganz schlimm weil wenn das hier ein lagerraum ist dann werden das nach reingestellt wieder rausgeholt und reingestellt wieder rausgeholt ja gerade wenn es so ein offener lagerraum ist da sieht man nicht so aus als wären dann wäre das die langzeit einlagerung sondern dass jetzt rein und stellen rausgeholt da sind nicht 5000 spinnenweben drumherum ja versucht nicht irgendwo spinnenweben hinzustellen mit der mit der hoffnung dass es einfach besser wird meistens wird es nicht ja aber so kisten kann man ja auch ich mach das jetzt mal hier in der ecke so kisten kann man ja auch wirklich so ein bisschen natürlicher stapeln wenn ich kisten stapel jetzt als als person ja und ich stapel irgendwelche sachen dann kann man die ja auch so ein bisschen hinsetzen wie wenn ich in der realität auch vielleicht sachen irgendwie stapeln würde ja man kann einfach so ein bisschen bisschen darauf achten dass man vielleicht die ein oder anderen sachen irgendwie so hinsetzt dass sie ein bisschen natürlich erscheint man kann auch dann ruhig mal so halbe sachen nehmen das geht auch dann hat man hier mal so ein kistenhaufen kann man dann auch mal ruhig ein bisschen trennen von einem anderen aber so eine so eine kleine kistenecke ist ja nicht schlimm ja wenn man das dann irgendwie hier mit einer anderen kistecke kombiniert dann wie gesagt ich habe hier unten ein eimer stehen oder hier in der ecke ein eimer dann steht hier von mir aus mal so ein kohle bottig und hier steht noch ein kohle bottig aber dann nicht drei vier blöcke hoch nicht nicht so hoch macht es doch nicht immer so hoch ja das reicht ja wenn es so irgendwie da da steht ja wenn man da jetzt auch irgendwie was hat was irgendwie so lagerungsdinger absurde teilt oder man hat hier irgendwie doch also das macht die nicht so hoch macht die nicht irgendwie versucht nicht diese klassische die stapel hier was die ecke pyramiden zu bauen so was hier sehe ich dutzende male ganz schlimm und das ist quasi die gleiche variante von nur ein bisschen kleiner macht das einfach so ein bisschen ich finde sie drüben meistens also schöner warum man jetzt hier wieder so ein turm braucht mit der laterne oben drauf weiß ich nicht aber wenn ich sachen stapel erst mal in der breite wenn ich dann keinen platz mehr haben dann stapel ich in die höhe und dann stapel ich nicht so die höhe sondern ich stapel wenn überhaupt vorne die sachen und dann wieder hinten und dann wieder vorne so wird ein schuh draußen habe ich vielleicht hier oben sowas ja das ist irgendwie und dann wünsche wir auch nicht das mache ich dann aber auch erst wenn die wenn die ganze breite voll ist und so weiter so stapel ich kisten niemand anderes wird das ist einfach die authentische art und weise wie man kisten stapelt ja da muss man gucken so einen leichten eimer stelle ich natürlich eher mal hier oben drauf wenn ich dann platz für die kiste brauche es gibt keinen sinn beispielsweise es gibt keinen sinn wenn ich die ganze ecke hier drüben vorlaube mit eimern oder irgendwelchen sachen die leicht sind die man schnell schnell mal irgendwo hin tragen kann dass ich dann hier drüben einen turm baue weil da drüben ja kein platz mehr ist das würde keiner tun jemand würde den eimer wegnehmen und würde den oben drauf stellen das würde er von mir aus für die gesamte reihe machen aber andersrum nicht versteht was ich meine das ist halt geht einfach ein bisschen um authentizität um das abbilden der realität hat auch nichts mit historisch zu tun sondern einfach wie funktionieren wir menschen das ist so ein bisschen das ding natürlich der innenhof da müsste auch da dürfte eigentlich kein gras wachsen meine augen einfach zu damit ja aber wie gesagt die burg ist ja auch lange lange nicht fertig ist lange lange nicht fertig ich weiß und dennoch finde ich kann mir ein bisschen was mitnehmen weil es die erste aus dieser ganzen reihe wie gesagt drei weitere folgen noch ich weiß nicht die kommen immer mal wieder ja das sind solche längere videos immer mal peu a peu kommt eine und am ende kommt dann die mit dem kollegen nämlich die dann aufnehmen werde und bis dahin bleibt es sich auf jeden fall zu geduld was sagt ihr ich biete übrigens jedem an das machen wir so wenn jemand lust hat zu sagen ich will aber jetzt diese burg noch weiter und will noch fertig bauen wenn jemand 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 auch noch eine hat ja die angefangen hat ihr könnt alle diese burg auch unabhängig von diesem projekt noch fertig stellen wir schicken und auch die leute die ich jetzt hier schon gezeigt da können das gerne machen können ihre sachen auch die die ich jetzt kritisiert gerne ausbessern verbessern und können die mir noch mal schicken und guck mir gerne auch noch mal an ja das ist gesellschaft selbstverständlich und da würde ich sagen ich bedanke mich ganz herzlich für eure aufmerksamkeit ich bedanke mich ganz herzlich für die einsendung dieses dieses objektes und ansonsten bedanke ich mich auch ganz herzlich für die kalamikschaft vielen dank dafür und wir sehen uns dann im nächsten video oder auch stream wieder ich sage tschüss bis dahin und ciao